Ja, ein Forensiklabor und Lizenz betrieben zu haben, es ist bekannt, dass beide Parteien vor kurzem eine Reihe von Außenwelt-Kursionen unternommen haben. Häufig gleichzeitig. Keiner von beiden ist bereit, dies näher zu erläutern. Bevor ich ihn großartig bestrafe, lasse ich ihn frei. Passiert ja nichts. So. Das will ich nicht. Ich muss es echt machen. Ich habe keinen leeren Multi-Werkzeug-Platz. Muss ich den erst noch... Ich brauche keinen Paralyse-Mörser dafür. Ganz ehrlich nicht. Kann ich hier noch irgendwas installieren? Muss ich jetzt... Ich könnte mogeln. Nee, ich fliege einfach mal zur Station. Zu irgendeiner Station. War das jetzt Pirat? Egal. Geht auch. Ich mache heute auch nur zwei Stunden schnell. Einfach damit ich... Ja, dann haben wir irgendwie den 2. Januar. Was wollte ich? Genau, ich wollte Missionen. Komm, du hast eine Piraten-Mission, wo ich ein Dings kriege. Guck mal, wie es mit dem Dings aussieht. Mal schauen im Nexus, wenn nicht... Könnten wir ja im Prinzip sogar die Atlas-Quest weitermachen und dann im nächsten System gucken. Weil die Spur-Metall-Quest läuft ja nicht weg. Da ein lebendiges Schiff. Das kriegen wir auch noch. Lass mal gucken, wie viel Quecksilber haben wir. Oh, ja gut. Das dauert aber noch. Vielleicht haben wir eine Mission, die Quecksilber hat und ein... Jetzt würde ich den Paralyse-Merser brauchen würden. Egal. Äh... Da. Als hätte ich es gewusst. Wilde Kreaturen. Sam, wie viele denn? Wenn das zu viele sind. Äh... Komm. Wir gucken einfach mal. Ein bisschen starten. Das ist immer so ein bisschen doof, aber... Ja, ich weiß. Wo bin ich? Da bin ich. Die lebendigen Schiffe sind auch irgendwie eine Mischung aus wunderschön und irgendwie sehr eklig. Vor allen Dingen, wenn man drin sitzt. Das hat was. Das werdet ihr sehen. So. Ja, ich fliege doch schon. Ist ja gut. Also, ich bin mal gespannt, aber nicht gleich. Ah. Das ist jedes Mal so eine Verarsche, ne? Hohe Fauner-Dichte. Ja, von wegen. Na, das ist keine hohe Fauner-Dichte. Das Ding ist Wasser. Ach, komm jetzt. An dieser Mission bin ich schon so oft gescheitert, weil ich einfach... Das ist doch alles Wasser. Oder? Ah, gut. Hier, ja. Komm. Ist das hier? Finden wir hier Tiere? Wenn überhaupt dann da. Und ich glaub's fast nicht. Hier sind hier Tiere, ja. Das dachte ich mir. Da ist eins. Und ich muss 46. Willst du mich verarschen? Ich glaube, dass wir das tatsächlich direkt abbrechen. Weil wie soll ich denn... Ja gut, hier sind schon mal zwei, glaub ich, oder? Hallo du? Na? Tag. Schmeckt's dir? Eins. Zwei. Naja gut. Wenn's so geht, dann... Dann nehm ich das. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Naja, gut. Komm. Zehn. Ich glaub, hier war ich schon. Elf. Zwölf. Dreizehn. Na ja, komm. So können wir's echt machen. Fünf. Achso, ich hab... Aha. So. Reicht. Hier. Zwölf. 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 Wird ein bisschen dünner jetzt. Ist ja so gut wie die Hälfte auch. Guck mal, hier alles voll. Diesmal stimmt das mit der Fauna-Dichte. Und es ist auch Fauna, die sich, äh, eignet. Jetzt hat er mich auf dem Planeten nur mit Vögeln gebracht. Nicht, dass ich was gegen Vögeln hätte, aber... Hm. So kann man das machen. Noch 20, das kriegen wir hin. Okay. 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 Und da hinten war noch was. Genau. Guten. Den fahren wir sowieso regelmäßig. Okay. Okay. Und wenn wir schon mal hier sind, dann die da oben gehen nicht. Die können wir nur scannen. Selbst das nicht. Trinkt ja auch ein bisschen Kohle. Hätte ich brauche ich gar nicht. So, jetzt wird's dünn. Noch 15 Stück, das sollte doch eigentlich machbar sein, ne? Das sind andere. Da müssen gar keiner. Das ist ne Mischung aus. Du platzt weg, da muss ich hin. Und jetzt bloß nicht mehr den Laser fallen. Das ist noch ein großer, das ist noch ein kleiner. Der große ist wirklich groß. Hallo. Na du. Ist mal was. Der sieht genauso aus wie die anderen. Bist aber größer. Oh, es sind viele von den Größeren. Das mag ich sehr gerne. Die kann man so schlecht übersehen. Ja. Aber man kann nicht so schlecht hinterher. So. Darf ich bitte? Danke. Lecker, ne? Oh. Du gehst jetzt nicht ins Wasser. Hab ich die schon? So. Nach 11. Oh, da hinten sieht's gelebt aus. Super. Du. 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 Oh. Du noch. Phomp. Und. Jawohl. Aber den Drachen. Viel Godzilla will ich auf jeden Fall auch noch. Deswegen machen wir den als nächstes. Was bist denn du für'n Huf, Godzilla? Oh, Godzilla. Du bist mein bester Freund. Den hab ich schon gefüttert. Nein, nein, nein. 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 Äh, diese sind die alle schon gefüttert. Hallo. So. Noch zwei. Und du noch. Geschafft. So. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns das Vögelchen dahin. Na, also Jux. So schnell geht ne Stunde rum, ne? Unfassbar. Ja, die kommen hier alle glücklich und kacken alles voll, weil sie jetzt Futter haben. Ich könnte das ja eigentlich aussammeln, ne? Ja, das ist mir egal, was sich da nähert. Ich will jetzt zum Ne... Nexus. Den ich wieder mal von der ganz falschen Seite anmache. Ziemlich mal gespannt, ob ich, äh, auch die richtigen Bauteile hab für den... Kann ich aber noch gar nicht gucken. Oder? Warte. Ich bin jetzt bestimmt, äh? Also. Also. Nein. Nein. K designiert. Du hast ja nicht. Das ist ja nicht. Ist das ja nicht. Ja. Ne. Also. Da ist er. Gut. Lass mich mal ganz kurz was schauen. Ich muss ganz kurz mal schauen, ob ich das Ei schon hab. Was ist das denn? Ah genau, du kannst deine Begleiter aus Tümsen. Ne, das ist es nicht. Ich weiß, dass es teuer ist. Leeren Ei. Lebende Kuriosität. Das brauchen wir für 3200. Dann können wir nämlich die Quest mit dem lebendigen Schiff machen. Jetzt müssen wir aber erst mal zu irgendeinem Nein, 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 nein. Irgendwo ist doch da hin. Ja super, zack. Entschuldigung. Ich find's immer noch spaßig hier. Nebel. Nebel auf dem Wasser. Nebel auf dem Wasser. Ja. Das ist auch ein Atlas. Ja gut, die sind jetzt fast überall. Geil. Und wir machen hier, zack. Ja, zack. Äh, wieso dahin? Wieso nicht dahin? Oh, egal. So, dann. Paralyse. Mörser. Kabelbaum. Den Rest können wir bauen. Ich mach das immer falsch. Ähm, so ein Siegel. Und einmal die Wasserstoff. Ach Gott, wir könnten ja im Prinzip sogar hier das bauen. Gucken wir mal gerade, ob wir das nächste auch schon bauen können. Ah, komm mal rein, ist verrückt. Haben wir aber nicht hier. So. Ähm, warte mal. Ja, wir müssen das noch. So, nee. Wir brauchen... Okay, ja. Wir brauchen zwei. Und dann auch zwei. Egal, wie viel so. Nein, das war falsch. So, jetzt hab ich den. Ja. Ähm, zack. Ja, brauch ich nicht. Ich weiß, welchen zu. Ich muss jetzt erst mal... Tchuuu. Einfach nochmal zurück. Zu meiner... Siedlung. Weil diese Mission ist ganz fest an die Siedlungsmission geknüpft. Geht also nur, wenn du eine Siedlung hast. Erste Stunde vorbei. Super. Zwei Tage. Neun Folgen. Neun Stunden No Man's Sky. Nicht schlecht. Morgen darf ich dann wieder eins von den anderen Projekten spielen. Entweder... ... Hmm... Slime Rancher oder... ... ...